hey ho leute und willkommen zurück zu einer neuen folge let's play minecraft craftmania 2 ich bin heute mal wieder zusammen mit dem killer so sind ziemlich viele leute gerade auf dem server sind 8 leute wir haben gerade versucht zu schlafen aber es ist nicht machbar weil irgendjemand wieder aufsteht oder ausloggt einloggt oh man ich habe heute eine mission aber ich muss erst mal kommt der richtigen shader drin habe ich nicht also ich war den turm ab welcher war das denn jetzt ja ich bekomme wahrscheinlich extrem viel hate deswegen und ja das war ich jetzt einfach ab diese folge und und ich habe nämlich letzte folge am ende letzten folge noch kanitien gefunden und da will ich auch heute hin und mir die holen ob das was wird weil sie nicht ich denke mal nicht erst mal ein kaktium das wasser schon mal weg okay dann brauche ich kann ich brauche ich habe eigentlich den turm gebaut weil wir extrem langweilig war ja und das haben dann da raus okay und ich möchte noch mal zu meinen zuschauen sagen der retro ist wieder drin die app wie mir ist wieder dran denkt man die bauen sich da hinten häuschen und ich wollte aber irgendwas noch anders sagen ach ja es könnte sein dass es ab so manchmal leckt oder irgendwas anders ist weil ich noch lieber auf legends runter lade und da das tausende von jahren dauert bei mir unterbreche ich das umgang ja deswegen muss ich heute mit ein bisschen leck arbeiten ja gemeinschaftshaus habe ich auch was ist das denn für ein scheißhaus hier vorne die kruppengemeinschaftstheorie oder was hier könnt ihr spenden was für eine scheiße ist das das habe ich gebaut und ne killer was soll das werden dann schönes großes gemeinschaftshaus hier vorne das gehört wieder retro nein tut es nicht ja trotzdem da können einfach leute ich wollte irgendwas bauen ich bin geschockt ja und irgendjemand hat dann wieso schon wieder was kaputt gemacht okay ich glaube das vertreibt sich doch nicht liegt auf letztendlich ich muss mal eben in sicherheit gehen ja hier wird sowieso schon alles gekriegt ja klar ich muss doch liegt auf letztendlich auf letztendlich abbrechen was musst du muss liegt auf letztendlich abbrechen man normal 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 es ist so eine scheiße so hat es wieder und zum kalt ist er wieder starten naja dann werde ich mal schnell die spinnen und so geht weg weil es muss ich alleine ganzen turm abbauen das ist ein kribilein wieso ich auch das wird nämlich eine blickson weder geht mir jetzt hinterher ich will gar nicht wissen dass da ich will gar nicht dass der weiß dass da hinten kardikel sind weil die nämlich jeder haben will gut der kommt mir nicht hinterher ja hier hinten ist nämlich auch eine brutstätte wie sagt man das brutstätte von mobs hier hinten bis noch da ja ich quatschi nur für um ja ich bin extrem unproduktiv in dem woher kommt mir vor ich mache ich habe aus ich war ein scheiß tool also ich finde das haus irgendwie wirklich unnötig das musste nicht sein der kriegt sein haus nicht wieder er war draußen und und ja wer hat sich was kaputt gemacht über was ja ich weiß auch nicht durch das haus ist auch wieder abreißen alles was in den letzten zwei folgen gebaut habe mir egal von mir aus lassen wir alles egal ich war nichts mehr für die gemeinschaft wird sowieso alles kaputt gemacht oder abgerissen oder ja die knickel sind noch da ich weiß gar nicht wie ich die mitkriegen soll das ist mit eine katastrophe kommen ob ich hier drüber irgendwie was bauen könnte vielleicht so ein weg baue die da es wird sowieso nichts ich probiere es einfach ein verrecken sowieso jetzt muss ich erst mal futtern man ich wollte eigentlich was schönes bauen mit ihr blöden fücher wo komm alle dabei ja hier mitkommen und ich seid nicht so blöd genauso wie die schafe und so ja ihr seid so blöd okay kommen alle hier rüber ich muss es einfach schnell irgendwas anderes machen jetzt schaffe ich dann nie die da und ich muss nicht nur gesprennt wird hier hinten hin leider hässchen sie lang hier kommen sie kommt ja ja wir haben wir sind schon 10 10 und wir sprengen den turm ist wer du die wieso ach genau hier bauen die ein paar park ja ja wo es heißt nicht das bringt ja nix dachte ich mache jetzt eigentlich was schönes für die gemeinschaft ich dachte ich das wäre schlimm kühe oder sowas einzufangen aber kannickel das hat sich gebracht wenn einer die abschlacht oder irgendwas anderes dann 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 weiß ich kann nichts für nichts mehr garantieren guck da habe ich schon welche verloren die sind nämlich zu blöd den weg zu finden was soll ich jetzt machen ich muss den trend jetzt die ganze vorgabe einfach abbauen ich kann mich nur mehr hin so jetzt gehen wir hier rüber kommt ähm ich muss sie dass die kaninchen mir das machen kriegen die das mit kapieren die das hier hoch wir können von mir aus jetzt auch abschalten wenn ich überhaupt bis hier geguckt habe ich baue jetzt einfach nur mit dem turm ab in der folge auch recht egal meine video bin ich dass ich so ein scheiß turm baue oh diese blöden viecher ey kommt mit oh ich schaffte ich die typen ja cool ein kanickel habe ich wow ich bring sie wahrscheinlich gleich auch noch selber oben oh sowas hasse ich ich hasse viecher in minecraft wo sind die denn jetzt alle hin da da habe ich noch einen komm mit ja springt ja genau tut euch weh meine fresse ey da jetzt habe ich drei mal sehen wie viel überleben da ist auch noch ein creeper ey scheiße ne es fragt noch retro ob das gemeinschaftshause zu des seines ist wird gestern schon gefragt ich krieg gleich einen anfall hier wo sind diese blöden viecher wieder hin so hierher aber zackig ich werde es nie schaffen die nausen zu bringen ich werde es nie schaffen den scheiß mehr abzubauen und das noch bevor es dunkel wird bitte oh ne kommt schon also schon mal durch die wüste und so haben wir es geschafft so weit weg ja okay bitte tut euch jetzt nicht mehr weh bitte nein 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 wieso habe ich nur noch einen hasen oh sag nicht das okay zwei haben wir noch bitte bitte bringt euch nicht um bitte nicht fach oh ne oh ne tut mir leid na gut das hat sie kack gemacht springt auch noch in den tod bist du der einzige der über ist wie soll ich dich denn noch paaren ich habe gerade den größten ausfassern meiner minecraft geschichte gehabt ich werde hier die folge denn das bringt sowieso nichts mehr ich muss den scheiß tun muss noch abbauen und dann sehen wir uns nächstes mal wenn es euch gefallen hat lasse positiv ist ja schaut bekenn ich bei ja und ansonsten was das dann um zu sagen dann bis zum nächsten mal haut rein macht's gut und auch bei johle die junge boah wenn mir das jetzt so eine kaputt macht dann bringe ich den typen um ich schwöre ich dir nicht töten komm mit du blödes viech oh nein was lauf ist er jetzt hinter mir ja ein hasen habe ich schon mal wenigstens etwas man ich war echt so dumm und habe einen fetten turm gebaut den sowieso keiner gefällt ich bin fast zu hause dann muss ich gleich auf screen mir noch einen zweiten hasen besorgen ich muss hier noch den kackturm abbauen und dann weiß ich nicht was ich brauche einen hasen habe ich spring nicht in den tod bitte nicht du schaffst das einfach nur hier runter kommen oh man geh da runter geh da runter los bitte nicht komm mit oh nein spring nicht oh man der sag mal sind die so blöd oder tun die hier viecher nur so sind wieder gestorben nein aber der kriegt es nicht gebangen so ein 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 breites block ding zu gehen ganz ruhig bleiben mir tut meine hand weh ich da vor frust drauf die vier sind wirklich blöd die schubschen da jetzt irgendwie rein da hast du es kapiert endlich komm hier runter hä ich habe es bald geschafft hey komm mal her hier du gehst jetzt in dieses eine loch daran da vorne da los rein los oh leute schummel echt leid für die ja 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 da 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 weiter 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 und dann da rein da rein da rein da rein oh lieber gott im himmel äh für meine zuschauer ähm sorry für die lange aufnahme für den ausraster ach ich bin jetzt roh ich habe ein kannickel oh man von fünf oder sechs das ich hatte dann würde ich sagen wir sehen uns nächste aufnahme und ciao so